Ich darf meinen Kanal behalten, okay. Was ist passiert? Ich habe zu viele Claims. Zu viele Claims. Ich darf meinen Kanal behalten, okay. Was ist passiert? Ich habe zu viele Claims. Das darf nicht sein, dass dieser Kalter schnitt. Das darf nicht sein, dass dieser Kalter schnitt. Das darf nicht sein, dass dieser Kalter schnitt. Das darf nicht sein, dass sie die fettesten Autos fahren, dass sie das meiste Geld in den Taschen besitzen. Bam! Das schnapp ich zu. Bam! Bam! Dennoch habe ich eine coole Technik. Das ist eine Sache, die ist Fakt so. Warum? Da gibt es auch keine eigene Meinung oder so. Okay. Das ist eine Sache, die ist Fakt so. Warum? Da gibt es auch keine eigene Meinung oder so. Ich darf meinen Kanal behalten, okay. Was ist passiert? Ich habe zu viele Claims. Zu viele Claims. Ich darf meinen Kanal behalten, okay. Was ist passiert? Ich habe zu viele Claims. Das darf nicht sein, dass dieser Kalter schnitt. Ja, ja, ja. Das ist gerade ein Trend, Dinger. Moment, war ich gerade Fettlicks. Fettlicks. Ach, ich habe eine Idee. Glühend heißes Messer. Glühend heißes Messer. Ja, ja. Das ist gerade ein Trend, Dinger. Moment, war ich gerade Fettlicks. Fettlicks. Du willst mich ficken. Du willst mich ficken, Mann.